Die Zehn Gebote unseres Herrn Die Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiel nicht, was dem anderen seien. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn eigen sollst du meiden. September 2017, der zehnte Teil von Martin Luthers fantastischen Buch, wieder das Papst zum Thron vom Teufel gestiftet, geschrieben 1545, mit einer Einsicht und einer Kenntnis, die man sich von vielen Pastoren, wenn man in die Kirche geht, heute wünschen sollte, dass auch diese das predigen. Die Lehre, wer Christus ist und die Lehre, wer der Antichrist ist. Den einen zu kennen, ist sicherlich wichtig. Den anderen zu kennen, ist sicherlich ebenso wichtig. Aber in unserer Gesellschaft kann man ja hingehen, wo man will. Über den Antichristen wird ja nirgendwo gesprochen. Außer es ist der zukünftige Antichrist. Ja, das sind die Früchte des Baumes der ökumenischen Bewegung, die gepflanzt wurde vor über 50 Jahren. Aber wir wissen besser. Wir wissen es besser nicht nur, weil wir Martin Luthers Buch lesen. Wir wissen es besser, weil wir die Bibel kennen, weil wir Daniel Kapitel 2, Kapitel 7 kennen, weil wir 2. Thessalonika 2 kennen von Paulus und weil wir Offenbarung 13 und 17 und 18 kennen. Wir wissen, der Antichrist ist keine zukünftige Person, die nur ein paar Jahre hier auf dieser Welt regiert. Das ist die falsche Lehre der nicht erfüllten 70 Wochen Prophezeiung von Daniel aus Kapitel 9. Und wir wissen, weil wir in der Bibel stehen, dass das nicht so ist. Und Martin Luther holt noch ein paar Punkte an, außer Matthäus 16, wo wir nochmal kurz drin weiterlesen, in diesem Teil hier. Also, wo er das noch weiter gegründet, aber außer Matthäus 16. Und hat dann noch andere Gründe, wo er sagt, dass der Papst eben nicht, wie er behauptet, der Stellvertreter Christi auf Erden ist, dass er eben nicht der offizielle Nachfolger von St. Petrus ist. Wie er ja so gerne behauptet, auf Basis von Matthäus 16 und 18. Gut, ich fahre fort. Auf Seite 59 im ersten Absatz, den ich zwar letztes Mal auch schon vorgelesen hatte, wo ich jetzt aber nochmal weitermache. Und dann lesen wir von da aus dann weiter in dem Buch. Dennoch nicht gewiss sein mögen, ob wir Wohl und Recht dran täten. Denn da war kein Glaube, der uns versichern konnte. Da fragt der Papst nicht nach, dass er nur das Geld kriegt und seine Macht bestätigt. Was sollt der Papst und sein Gott, der Teufel, nach der Seelen heil fragen? Denn ich, der viel gesehen, bin selbst auch einer gewesen. Halt wohl, ihr sollen noch viel im Papsttum sein, die auf solchen Kauf und Losgeben des Papstes nicht hätten gebabert, wenn sie auch die Welt sollten verdient haben. Und war viel ein größer Sünde und tiefer Helle, wo einer hätte Fleisch am Freitag gessen. Denn wo er hätte, sah einen Mord und Ehebruch begangen. Ja, also, nach Ansicht des Papstes ist es ein größeres Verbrechen, eine größere Sünde. Es gibt keine größeren und kleinen Sünden, es gibt nur Sünden. Die Übertretung des Gesetzes ist immer Sünde. Aber nach dem Papst ist es also eine größere Sünde und man müsste in eine tiefere Hölle fallen, wenn man auf dem Freitag Fleisch gegessen hätte, als wenn man einen Mord oder Ehebruch begangen hat. So schreibt Luther das hier. Und am Anfang schreibt er auch, das finde ich auch interessant, wo er dann sagt von, bin selbst auch einer gewesen. Ja, Luther gibt hier deutlich zu, dass er verkehrt war in seinem Leben. Er ist aus der römisch-katholischen Kirche rausgekommen, weil es gab ja auch keine andere. Er kam da raus und hat sich bekehrt. Gut, wo aber ein Mönch, wie oft geschacht, seine Platten, Kappen und Müncherei dem Papst abgekauft hatte, den hielt man für einen Apostaten, abtrünnigen Christen, des Seelen nimmermehr kein Rat wäre. Also ein verzweifelt tiefe teuflische Gift ist Menschenlehre, wo sie das Gewissen recht ergreift, sonderlich, wo lange Gewohnheit und der Name Gottes fälschlich dazu kommt, dass Gottes Gebot nicht ein Faden geachtet wird, gegen diese eisern Ketten menschlicher, teuflischer Lehre. Wohlan, das heißt ja meisterlich, die Wort Christi ausgelegt, was du binden und lösen wirst auf Erden, soll gebunden und los sein im Himmel. Lieber male mir hier den Papstesel mit einer Sackpfeifen, aber lasst uns auch Gott dankbar sein, der uns von solchen Teufelsbanden erlöset hat, dass uns nicht etwas Ärger widerfahre. So, wir sind bei knapp 5 Minuten, da muss ich mal eben denken, dass ich das richtige Bild hier einblende in das Video. Luther sagt hier, Lieber male mir hier den Papstesel mit einer Sackpfeifen. Das Bild, was ich jetzt hier einblende, ist das Bild, das ich gefunden hatte, das den Papst auf der einen Seite als Esel darstellt und auf der anderen Seite den Teufel, wie er Luther als Dudelsack missbraucht. Sackpfeifen. Luther sagt hier, male mir den Papstesel mit einer Sackpfeifen und der zwischen Anführungsstrichen Künstler, der diese Zeichnung beruht, die hier im Video eingeblendet ist, macht genau das Gegenteil und macht Luther zu einer Sackpfeife des Teufels. Also, nicht, dass ihr denkt, ich mag dieses Bild, ich mag das Bild nur wegen dem Esel, des Antichristen, der als Esel dargestellt ist. Nicht, was er hier mit Luther gemacht hat. Aber Luther sagt es hier in diesem Buch selbst, male mir den Papstesel mit einer Sackpfeifen und was tut der zwischen Anführungsstrichen Künstler in dem Bild, was wir hier sehen? Dann, er malt Luther als eine Sackpfeife, dann noch geblasen vom Teufel. Also, die verkehrte Lehre, die gab es auch damals schon. Er fährt fort. Da lässt er zu Rom und in allen Stiften gehen, ein solch Freileben in aller Büberei und Hurerei, dass auch Sodoma gegen sie heilig sein möchte. Und er ist auch selbst der Abt in solchem heiligen Orden, der ärgest Bub aller Buben auf Erden. Daher kommt die grausame Furcht für einem rechten, freien Konzilio. Denn er will ungereformiert sein, wird's wohl auch bleiben, ewiglich. Er will nicht die Schlüssel über sich leiden, sondern unter sich haben, wie er in vielen Dekreten tobet, dass ihn niemand binden, noch richten solle, noch müge. Das also unmöglich ist, ein nützlich, fruchtbarlich Konzilium zu halten. Denn er tut doch hernach wie vor und macht sich los vom Konzilio, wie er alle Zeit getan hat, und solch's hinfortzutun, sich frei daher rühmet, Macht zu haben. Ach, was plagen wir uns selbst mit dem verfluchten Papst? Wie sollt er die Sünde binden? Weiß er doch nicht, versteht er doch nicht, der große, grobe, Esel und Narr, was Sünde sei, kann's auch nicht, will's auch nicht wissen. Ich weiß, dass unser Kinder oder Katechumeni, das ist, die den Katechismus können, gelehrter sind, dann Papst, Kardinal und ganzer römischer Hof, samt all ihrem anderen. Den Satz muss ich nochmal lesen, der kam nicht so gut rüber. Ich weiß, sagt Luther, dass unser Kinder oder Katechumeni, das ist, die den Katechismus können, gelehrter sind, Kinder sind gelehrter, denn der Papst, Kardinal und der ganze römische Hof, samt all ihrem Anhang. Denn dafür darfst du nicht sorgen, dass der Papstesel mit seiner römischen Bubenschule ein einig Gebot unter den Zehen versteht. Auch nicht eine Bitte im Vaterunser, noch einen Artikel im Glauben oder wie Taufe und Sakrament zu verstehen und zu gebrauchen sei. Wie ein Christ leben soll, was gute Werk sind. Gott gebe, dass er die Zehen Gebote, wie des Verstands gerne schweigen, könne nacheinander zählen, wie unsere Kinder von vier, fünf Jahren können. Denn sie lesen's nicht, gehen nicht damit um. So geben's auch ihre große Bücher, Dekret, Dekretal, Sexti, Clementin, Extravagant, Bullenlicht. Nicht ein Wort kannst du aus all diesen Büchern samt ihren Skriben finden, das dich lehren möchte, das erste Gebot zu verstehen. Oder eine Bitte im Vaterunser zu beten. Ist auch nicht Wunder, sie halten's für Gäucherei und lauter Narrwerk, dass wir Christen glauben, heißen uns Bonnchristian, das ist große Narren, die solch Ding glauben mögen. Denn rächen du, wenn er sollte verstehen, das erste Gebot, du sollst nicht andere Götter haben und, was da wieder Sünde heißen, So müßt er alle seine Dekret, Dekretal und Bullen verbrennen und sich selbst mit, samt alle Kardinale. Denn wie Troben gehört, so sind seine Dekret eitel große Hautlügen und schreckliche Gotteslästerungen und gröliche Abgöttereien. Wie sollt der nicht andere Götter haben, der in aller Welt Abgötterei, Läster und Lügen stiftet, wie ein Mensch, der Sünden und Kind des Verderbens tun muss? Drum ist hier nichts mit den Schlüsseln, Sünde zu binden, bannen und straffen, denn hier ist niemand daheim, der da wisse oder erkenne, was Sünde sei. Man muss ihn lassen fahren, wie er besessen ist, immer zum Teufel zu, Gottes Zorn ist über sie gekommen und Sündigen unbußfertiglich in den Heiligen Geist. Zum anderen, da er nun kommt auf das Lösen der rechten Sünde, das ist zur Vergebung der Sünden wieder Gottes Gebot geschehen, da macht er den tröstlichen Löseschlüssel zunicht und kraftlos in aller Welt. Denn so lehret er mit seinen Schulen, dass der Schlüssel nicht löset, noch die Sünde vergeben sind, wo nicht die Reue, Beicht oder Genugtuung da ist. Weiset uns also vom Glauben auf unser Werk, dass wir nimmermehr können gewiß werden, ob die Sünde vergeben sind. Wir seien denn zuvor gewiß, dass wir durch unser Tun der Vergebung würdig sind und verdient haben. Welches ist ein vergeblich unmöglich Ding? Oh, das ist eine schreckliche Plage in der Christenheit, dass man die Leute ungewiss macht und bleiben lässt auf ihren eigenen Ungewissen werken. Unser lieber Herr und Heiland, gibt uns mit diesen Worten, was ihr löst, soll los sein. Eine treffliche, tröstliche Verheißung, wie drohen gesagt. Das, wie wir in Johannes 20, Vers 23 auch lesen können, es soll los bei ihm sein, was wir lösen. Im Johannes 20 klärlicher steht, wem ihr die Sünde vergebt, dem sind sie vergeben. Das sind Wort, sage ich, der Verheißung. Das sind Wort der Verheißung, darin er Vergebung der Sünden verheißt. Solche Verheißung fordert nicht unser Werk, wie das Gesetz tut, sondern unseren Glauben. Denn Gott will uns um unser Verdienstwillen nicht den Himmel geben, sondern aus lauter Gnaden und Barmherzigkeit durch Christum. Und soll nicht heißen, wie sie lehren, die Röhmächte so groß sein, es für einer von Munde auf den Himmel, ja, wie Judas mit dem Strick an den Baum und Saue in sein eigen Schwert. Aber der Papstesel weiß nichts, weder vom Glauben, noch Verheißung, noch von Gottes Geburten. Ich gehe jetzt nochmal eben zurück auf, was ich gerade gelesen habe. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Satz, den ich gerne gut verstanden wissen möchte. Denn Gott will uns um unser Verdienstwillen nicht den Himmel geben, sondern aus lauter Gnaden und Barmherzigkeit durch Christum. Hier noch einmal, ich habe es ja schon öfter gesagt. In diesem Satz kommt der große Unterschied zu Vorschein zwischen der Bibellehre auf der einen Seite und der römisch-katholischen Lehre auf der anderen Seite. Die römisch-katholische, auch im Katechismus festgehaltene Lehre lehrt, dass durch unsere Werke wir uns die Erlösung verdienen. Wir werden gerechtfertigt durch Werke. Das sagt die römisch-katholische Lehre. Gott oder Gott durch die Bibel sagt uns, nein, wir werden gerecht durch den Gnaden und die Barmherzigkeit und durch Christus. Ein ganz wichtiger Unterschied. Gerade deswegen, weil eben in 1999 die Lutheranische Kirche die gemeinsame Glaubenserklärung zur Rechtfertigungserklärung, also zur Rechtfertigung, mit der römisch-katholischen Kirche unterschrieben hat und damit zurück unter die Fittiche von Rom gekrochen kam. Und hier in diesem einen kleinen Satz sagt Martin Luther es ganz deutlich, wo der Unterschied liegt. Denn Gott will uns um unser Verdienstwillen nicht den Himmel geben, also aus unseren Werken, dass wir es verdienen, dass wir mit anderen Worten durch unsere Werke Gott einen Schuldner oder uns Gott zum Schuldner machen. Das nicht. Sondern aus Gnaden und Barmherzigkeit durch Christum, also durch Jesus Christus. Und soll nicht heißen, die Reue möchte so groß sein, es für einer von Munde aufgehend Himmel, ja, wie Judas mit dem Strick an den Baum und Saul in sein eigenes Schwert. Aber der Papstesel weiß nichts, weder vom Glauben, noch Verheißung, noch von Gottes Geboten, hält die Kirchen für einen Eselstall oder Saustall, da er mit seinem Dreck innen regieren möge. Das sei genug gesagt, von diesem Spruch, Matthäus 16. Hab's zu viel und zu lang gemacht, aber der bäbstliche Gräubel hat kein Masse noch Ende. Und hier siehst du, meine ich, wie fein der Papst weiß die Wort Christi auszulegen und wie wohl er sein Babstum darauf gründet hat. Das heißt, wie in Matthäus 12, Vers 37 Christus sagt, aus deinem eigenen Munde wirst du verdammt. Und im 1. Korinther 3, Vers 19, die Weisen erhaschet er durch ihr Eigenklugheit. Das ist die Meisterschaft des Heiligen Geistes, dass er eben dieselben Wort nimmt, die von den tollen Geistern für sich geführt werden, und führt sie wieder sie selbst und stürzt sie mit ihren eigenen Waffen. Ich wüsste plötzlich nicht wohl, einen gewaltigen Spruch aus der Schrift zu führen, wieder den Papst wie droben gemeldet. Denn eben diesen, damit er sich gründen, bauten, setzen und wehren will, und ist kürzlich ergriffen und erhascht durch seine Eigenklugheit, das heißt auf Deutsch, in seiner Klugheit sich beschmeißen. Da liegt der Papst in seinem eigenen Dreck und wird erfunden, dass sein Regiment und Stand sei nicht von Gott noch von Menschen, sondern von allen Teufeln aus der Hölle. Eitel, Abgötterei, Gotteslästerung, Lügen, Seelmörderei, Mord, Räuberei, Aufruhr, Feindschaft, wieder Gott, Kaiser, Könige und alle Menschen, sonderlich wieder die Christenheit. Viel Ärger, denn der Türke. Ja, sprichst du, er fragt nichts nach deinem Schreien und Schreiben, er bleibt wohl für dir, er ist zu mächtig. Des bin ich wohl zufrieden. Mir ist genug, dass ich sicher für mich bin und wisse zu urteilen nach dem Wort Gottes, das wider ihn ist, und ich mit gutem Gewissen ihnen für einen Farzesel und Gottesfeind halten mag. Mich kann er nicht für einen Esel halten, denn er weiß, dass ich von Gottes sonder Gnaden Gelehrter bin in der Schrift. Weder er noch alle seine Esel sind, nicht allein ich, sondern sehr viel seiner Leute, mehr fast in allen Landen. Er hat den Teufel für sich, so haben wir Gottes Wort für uns. Lass frisch hergehen, sterben wir drüber, so leben wir, deste herrlicher mit Christo. Lebet er drüber, so stirbet er, deste gräulicher mit allen Teufeln. Quia Emanuel, hier ist Gott mit uns, dort der Teufel, wie wir in Jesaja 8, Vers 10 nachlesen können. Hier ist Gott mit uns, dort der Teufel mit ihm. Es gelte fröhlich, wer zuletzt den Sieg behalte. Der Andersspruch fährt Luther fort, der da soll beweisen, dass der Papst aus Gott komme, ist dieser. In Johannes Ulti, also Johannes Kapitel 21, Vers 15 und folgende, lese ich auch gleich vor. Und dazu kommt dann ein Dekret des Papstes, wo er eben meint, wo er das mit widerlegt. Und das ist hier zitiert, und deswegen lese ich das eben so kurz vor, das ist eine Abkürzung von Papst Clement III. In der englischen Übersetzung steht aber, dass das nicht von Clement III. ist, sondern von Paschalis, der lebte zwischen 1100 und 1118. Das heißt also, das Elekt Secreta Significasti. Und das ist die Widerlegung des Papstes aus Johannes 21, Vers 15 folgende. Was steht in Johannes? Da steht, weide meine Schafe. So, und was hat der Papst dem jetzt entgegenzusetzen? Also, wie gesagt, von Papst Paschalis, der regierte zwischen 1100 und 1118. Und der Papst sagt hier folgendes. Uns, also dem Papsttum, uns sind die Schafe Christi in St. Petro befohlen, da der Herr spricht, weide meine Schafe und macht keinen Unterschied zwischen diesen oder jenen Schafen, auf das ein jeder wissen soll, dass er nicht in seinen Schafstall gehöre, so er Petrum und seine Stuhlerben nicht erkennet, für seine Hirten und Meister. Etc. Ende. Zitat. Ich bin erschrocken und meinete Trauen, es donnerte so sehr, sogar einen großen, scheußlichen Forz der Papstesel hier ließ fahren. Er hat gewisslich mit großer Macht gedrückt, dass er solchen Donnerforz herauspaust hat. Wunder ist's, dass ihm das Loch und Bauch nicht zu rissen sind. So groß ist die Lüge, mit der der Papst Johannes 21, Vers 15 in seinen Dekreten widerlegt. Das kann man sich ja gerne raussuchen, wenn man möchte. Der Papst sagt hier zu, wenn in der Bibel durch Johannes geschrieben steht, weide meine Schafe, sagt der Papst, uns sind die Schafe Christi in St. Petro befohlen, da der Herr spricht, weide meine Schafe und macht keinen Unterschied zwischen diesen oder jenen Schafen. Auf das ein jeder wissen soll, dass er nicht in seinen Schafstall gehöre, so er Petrum und seine Stuhlerben nicht erkennet, für seine Hirten und Meister. Das macht der Papst draus. Luther fährt fort. Wenn nicht Nuhi fragt, was haben denn die anderen Apostel alle, sonderlich St. Paul, geweidet? Da wird der große Forz des Papstesels vielleicht sagen, dass sie vielleicht Ratten, Mäuse und Läuse und wenn's gut wird, Säue geweidet haben. Auf das allein der Papstesel, der Schäfer und alle Apostel, Sauhirten bleiben. Ja, was ist's aber, da Christus nicht zu St. Peter, sondern zu allen Jüngern sprach, wie wir im letzten Kapitel von Mark lesen können. Marsi Ultimo, wie Luther schreibt, also Markus 16, Vers 1. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Was ist's aber, da Christus das nicht zu St. Peter, sondern zu allen Jüngern sprach, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Da sind ja die Schafe Christi nicht allein, Sankt Peter, ja nicht den Aposteln allein, sondern auch den 72 Jüngern befohlen. Hier musst du den Meister und Hirten aller Schafe hören und den Text recht verstehen. Denn es liegt an einem guten Ausleger, spricht man, wie du droben gehört hast. Das Fels heiße der Papst. Drauf bauen heiße ihn gehorsam sein. Binden heiße Kaiser, Könige und alle Welt fangen. Du musst in des Heiligsten Vaters dekreten, nicht Lateinisch, Griechisch, Hebräisch, sondern die neue römische Sprache lernen und verstehen. Wie auch droben Jungfrau Paula Terzius, also Paul III., den Kaiser und dem Reich die Worte frei christlich Deutsch auf sein Römisch auslegt. Also ist nun römisch hier die Meinung, geht hin, das ist du, Peter allein, geht hin, in alle Welt, das ist gehen Rom und predigt, das ist setze einen Papst, der Gott und Herr sei, aller Kreatur, das ist der Macht habe über Bischof, Kaiser und Könige, über Himmelreich und Erdreich, über alles. Wer da glaubt, das ist, wer dem Papst gehorsam ist und getauft wird, das ist, dem Papst die Füße küsset, der wird selig, bleibt unverdammt. Wer nicht gläubt, nicht gehorsam ist, wird verdammt, ist ein Ketzer. So, und jetzt lese ich die Sätze mal so, wie sie einerseits gemeint sind und andererseits, wie sie durch Rom ausgelegt werden. Also ist nun die römische Meinung, geht hin, in alle Welt und predigt, aller Kreatur, wer da gläubt und getauft wird, der wird selig, wer nicht gläubt, wird verdammt. Und so steht es in der Bibel, das ist die Lehre. Rom macht daraus. Geht hin, das ist du, Peter. Peter, gehe allein hin, gehen Rom, setze einen Papst, der Gott und Herr sei, der Macht habe über Bischof, Kaiser und Könige, über Himmelreich und Erdreich, über alles. Wer dem Papst gehorsam ist, dem Papst die Füße küsset, bleibt unverdammt. Wer nicht gehorsam ist, ist ein Ketzer. So muss man das lesen. Und das geht natürlich am besten, wenn man das Buch vor sich hat, weil der Teil, ein Teil ist normal geschrieben und der andere Teil steht zwischen Klammern. Aber ich wiederhole es gern nochmal. Es ist furchtbar wichtig, weil was Luther hier im Grunde macht, ist, er zeigt uns die Kasuistik und Sophistik auf, mit der schon seit Ewigkeiten das päpstliche Rom sich damit bedient, um die Wahrheit, um die Schrift, um alles zu verdrehen. Es steht geschrieben, geht hin in alle Welt und predigt aller Kreatur, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig, wer nicht glaubt, wird verdammt. Das ist die Lehre der Bibel. Und die Lehre des Antichristen ist, Peter gehe allein, oder eben der Stellvertreter von Peter, Papst, gehe allein hin, nicht in alle Welt, aber das ist nach Rom, setze einen Papst, der Gott und Herr sei, der Macht habe über alle Bischöfe, Kaiser und Könige, über Himmelreich und Erdreich, über alles. Und wer dem Papst gehorsam ist, nicht wenn er glaubt, sondern wer dem Papst gehorsam ist und dem Papst die Füße küsset, der bleibt unverdammt. Wer nicht gehorsam ist, ist ein Ketzer. Das ist die Kasuistik und Sophistik, mit der die römisch-katholische Kirche die Bibel erklärt. Und das ist genau das Problem, wenn ich jetzt als Katholik in die Kirche gehe und ich höre mir an, was ein Priester da oben sagt, wenn er schon mal irgendwo von der Bibel erklärt, dann erklärt er nämlich genau das, was ich gerade vorgelesen habe. Nicht so, wie es die Bibel meint, nicht so, wie es Gott gemeint hat, nicht so, wie es die Apostel und jeder andere verstanden hat, sondern so, wie der Antichrist das versteht und wie der Antichrist das erklärt. Wirklich interessant, dieses kleine Stück auf Seite 62 hier mal zu lesen. Denn aus dem Spruch Matthäus 16 hast du Glück gehört. Ja, da sind wir nun reichlich drüber gewesen. Wo Christus, unser Herr, vom Wort und Glauben redet, das solches müsse von der Gewalt, Geiz, Abgötterei und Gräuel des Papstes zu verstehen sein. Dies ist die Regel und Griff, die Schrift auszulegen. Daher der römische Stuhl sich nicht unbillig Magistram Fidei rühmet. Das ist, der es besser wisse und mache weder Christus selbst und der Heilige Geist, die seine arme Fibulisten sind. Drum, wo die Schrift vom Glauben oder Wort Gottes redet, das ist alles zu verstehen von des Papstes Gewalt und unserem Gefängnis. Im ersten Römerbrief, also im Römerbrief Kapitel 1, Vers 17, der Gerechte lebt seines Glaubens. Das ist, der Papst ist Herr über alles. Aus Johannes 1, Vers 14, das Wort ist Fleisch geworden. Das ist, der Papst ist Herr über alles. Also, wir machen es wieder. Wir nehmen die Sprüche aus der Bibel und lesen sie vor und dann haben wir die Interpretation des Papstes. Römer 1, Vers 17, der Gerechte lebt seines Glaubens, so wie das hier im Buch geschrieben steht. Natürlich, der Vers lautet an sich anders, aber es kommt ja darauf hinaus. Der Gerechte lebt aufgrund seines Glaubenswillen. Das heißt in Rom, der Papst ist Herr über alles. Johannes 1, Vers 14, das Wort ist Fleisch geworden. Daraus machen die römischen Sophistiker, das ist, der Papst ist Herr über alles. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Das ist, wir sind seine Gefangenen mit Leib, Seele, Gut und Ehre. Dazu die ganze Welt. Denn so dieser Spruch, Matthäus 16, Vers 19, auf diesem Fels will ich meine Kirchen baben, nichts anderes tut. Denn das er den Papst zum Gott und Herrn macht über Himmel und Erden. So kann sich kein Buchstabe in der Schrift erwehren. Er muss auch dasselbe tun. Ja, auch Virgilius nicht, da er sagt, jetzt kommt hier ein Zitat von Virgil, das wir lesen in Latein. Und da bin ich nicht so gut drin. Also erspare ich euch das in Latein. Kannst du mal versuchen. Titiree tu putudale recubans subtegiminifagi. Na, klingt nicht besonders toll, ne? Aber das Wichtige finde ich hier, dass Luther sagt, ja, auch Virgilius nicht, der sagt, dass Virgilio, wer ist denn Virgilio? Erinnert ihr euch noch an die Lesung von Herrscher des Bösen? Virgil, der den Einit geschrieben hat? Das ist die wirkliche Bibel des heidnischen Roms. Und hier geht es um was Virgilius, also den wir unter Virgil kennen, der den Einit geschrieben hat, was er sagt. Und was sagt er hier? Du, Papst, sitzt zu Rom. Endlich ist das Lateinische hier mal übersetzt ins Deutsche. Du, Papst, sitzt zu Rom. Dann kommt der nächste Spruch. Silvestrem tenui meditares arundine musam. Das ist, bist Herr über die ganzen Christenheit. Und Ovidius sagt, Das ist, Papst, ist Herr und Gott über Himmel und Erden. Das ist, wer dem Papst nicht ist untertan, mit Leib und Seele, Gut und Ehre, der ist verloren. Dünkt dich solch lächerlich sein? Warum lachest du nicht vielmehr des groben, großen Esels Clemens des Dritten in seiner Significasti, der diesen Spruch, oder wie wir gerade gelernt hatten, dass das von Papst Pastiales war und nicht von Clement dem Dritten, der sich ebenso fein dahin reimt, als alle Verse in Virgilio und Ovidio? Der Papst, gut zuhören hier nochmal. Dünkt dich solch lächerlich sein? Warum lachest du nicht vielmehr des groben Esels Clemens des Dritten in seiner Significasti, der diesen Spruch Christi, Weide meine Schafe, auf seine Gewalt zeugt, der sich ebenso fein dahin reimt, als alle Verse in Virgilio und Ovidio? Ja, der Papst reimt sich die Dinge aus der Bibel so hin, wie sie ihm in den Kram passen. Also möchte das Liedlin auch hierhin dienen. Der Kuckuck ist zu Tod gefallen. Der Papst ist aller Kirchenmeister. Von einer hohlen Weiden, das ist zu Rom. Wer will uns den Sommer lang, das ist die Christen sind schuldig, Zeit und Weil vertreiben, das ist ihm die Füße zu küssen. Ja, vielleicht kennen das einige noch, das ist ein altes deutsches Volkslied. Der Kuckuck ist zu Tod gefallen. Ich kenne die Melodie nicht, aber neben der Erklärung, was der Papst aus der Erklärung hier macht, heißt es, der Kuckuck ist zu Tod gefallen von einer hohlen Weiden. Wer will uns den Sommer lang, Zeit und Weil vertreiben? Das ist das ursprüngliche Volkslied. Und das wird natürlich dann interpretiert. Der Papst ist aller Kirchenmeister. Wer will uns von der Weiden holen, das ist in Rom. Wer will uns den Sommer lang, das ist die Christen sind schuldig, Zeit und Weil vertreiben, das ist, wer will ihm die Füße küssen. Drogen haben wir gehört, wenn gleich St. Peter allein befohlen wäre, alle Schafe Christi zu weiden, wie es nicht ist, auch unmöglich ist, denn wir müssen die anderen Apostel, sonderlich St. Paul, nicht Mäuse oder Läusehirten sein lassen, um des Papstes fortz und drecket willen. So folge doch daraus nicht, dass auch dem Papst gleich St. Petro alle Schafe zu weiden befohlen sind. Haben sich's auch die frommen Bischöfe der römischen Kirchen, ehe der Teufel den Papst aufgeworfen hat, nie unterstanden, noch fürgenommen, welche müssten alle Ketzer und ewig verdammt sein, weil sie des unverschamten Papstesels Artikel nicht haben gegläubt. Sondern würde das Widerspiel daraus folgen, nämlich, weil St. Peter nicht die römischen Kirchen allein, sondern viele andere in Bütinia, Asia, Ponto, Cappadocia geordnet hat, könnten dieselben und ein jeglicher Sonderlich ebenso wohl sich rühmen aller scharfe Hirten, als die römische Kirche. Weil sie eben von demselben Apostel, St. Petro, herkommen und ebenso wohl rühmen können, St. Peter der Apostel und nicht die Kirche zu Rom hat uns gestiftet. Dazu seine Epistel uns und nicht der römischen Kirchen zugeschrieben, wie gesagt. Sind nun dieselben Kirchen nicht Hirten aller scharfe Christi, woher will denn dann der Papstesel zu Rom sein, der nicht solch stark Zeugnis von St. Peter hat, als jene, ja, gar keine Zeugnis beweisen kann? Wir haben ja droben gehört, dass sie St. Peter sehr ungewiss sind und die Kirche zu Rom ernstlich weder von St. Peter noch St. Paul gepflanzt ist, sondern von den geringsten Jüngern, Aquilia und anderen, wozu Rom gewohnt, auch wohl da geboren sind, wie sie in allen Landen wohneten, wie wir in Apostelgeschichte, Kapitel 2, auch Vers 5 lesen. Sie sagen, allesamt, St. Paulus sei bekehrt, dasselbe Jahr darinnen Christus gelitten und auferstanden ist, Eodem anno astromico non legali, nämlich Christus habe gelitten, den 25. Tag Marti, also 25. März, und Paulus sei hernach bekehrt, den 25. Januari, wie es im Kalender steht. Da ist das Jahr noch nicht um. Ja, keine zwölf Monate vergangen, von März bis Januar. Also, was ist der Punkt, den Luther hier macht? Paulus wurde bekehrt in demselben Jahr, wo Jesus Christus am Kreuz gestorben und wieder auferstanden war. Das sei so oder nicht, so kann es doch nicht weit davon sein, vielleicht kaum ein Jahr. Hieraus folget, dass die römische Kirche hat das Evangelium und Glauben gehabt, 27 Jahre, ehe St. Paul oder St. Peter gen Rom kommen sind. Und meine Meinung will gewiss werden, dass Aquia und andere mehr, in Römer 16 genennet, zu Jerusalem auf die Großen festgezogen, die Apostel da selbst gehöret, und mit sich gen Rom das Wort heimgebracht haben. Denn St. Paulus spricht in Römer 16, dass Andronikus und Junias, in Römer 16, Vers 7, Blutfreunde und berühmte Apostel und Ehe, also frühe Christen gewesen, denn er und preiset, da selbst eine Frau Maria, die sünderlichen Fleiß bei den Römischen, in Römer 16, Vers 6, zu lesen, Christen getan habe. Ist nun Andronikus und Junias, Ehe Christen gewesen, denn St. Paulus, so müssen sie dasselbe Jahr des Leidens Christi, bald nach Pfingsten zu Jerusalem, gläubig worden sein, und das Wort unterwegen, ernstlich den Jüden hin und wieder gepredigt, und also berühmte Apostel geworden sein, sollten wohl von den 3000 sein, die durch St. Peters erste Predigt bekehrt sind, wie wir in Apostelgeschichte 2, Vers 14 nachlesen können. Apostelgeschichte 2, nun ist von dem Jahr des Leidens Christi bis aufs Anderjahr, Neronis, 27. Jahr, also Kaiser Nero, da Paulus gen Rom gekommen ist, in Apostelgeschichte 28, und auch in Römer 1, Vers 8, daher rühmet er den Glauben der Römer, in Römer 1, den er doch nicht gepflanzt hatte. Hiermit wills werden, dass der römischen Kirchen erste Stifter und Bischöfe oder Prediger sind, St. Paulus vettern, Andronikus und Junias. Wo will der Papst solch Zeugnis von St. Peter bringen? Also biblisch können wir begründen, dass die Jünger Andronikus und Junias, die erst bekehrt wurden, wie wir gerade eben gelesen haben, und nach Rom gekehrt sind, und da die Kirche wohl aufgerichtet haben, einen deutlichen Beweis können bringen, dass wir bringen können, dass die da gewesen sind, aber wo will der Papst solch ein Zeugnis von St. Peter bringen? Wir haben gerade eben gelesen, die verschiedenen Stellen der Bibel, Apostelgeschichte 2, Vers 14, 28, Vers 14, Römer 1, Vers 8, dass hier die Menschen, wie Andronikus und Junias, wie Lothar sie hier nennt, aus Jerusalem nach Rom gegangen sind, wo sie herkamen, wo sie wohnten, und da das Evangelium natürlich dann weiter gepredigt haben. Das ist in der Bibel bezeugt. Und wo, bitte schön, will der Papst den Beweis hernehmen, dass das mit St. Peter so war, dass der aus Jerusalem nach Rom ging? Da gibt es keinen Beweis für, und zwar weder in der Bibel, noch irgendwo anders. Es gibt keinen Beweis. Und fährt Martin Luther fort, und ist gläubig, dass die 27 Jahre über auch etliche Christen jung und alt getauft und gestorben, die ersten Heiligen zu Rom, zum Herrn Christo gen Himmel gefahren sind, die weder St. Peter noch St. Paul gesehen haben. Es stifte aber ein Jünger oder Apostel eine Kirche, so ist es eine rechte, wie wir im 2. Galater Kapitel Vers 6 lesen können. Es stifte aber ein Jünger oder Apostel eine Kirche, so ist es eine rechte Kirche, und liegt an der Person nicht. Denn Gott gibt kein anderer oder besser Taufe, Evangelium oder Glauben, durch Peter oder Paul, denn durch Andronikum, Junian, Aquilam oder wie geringer Jünger er sei. Drogen haben wir auch gesagt, dass die Kirche zu Alexandria und Antiochia treffliche Kirchen gewesen sind, mehr denn die zu Rom, mit sonderlichen Gaben und Leuten begabt, wiewohl sie nicht von Aposteln gepflanzt sind, sondern zu, wie wir in Apostelgeschichte 11, Vers 20, Antiochia, welche ist, wie Apostelgeschichte sagt, von den zerstreuerten Jüngern unter dem Trübsaal, der sich über St. Stefano erhob. Gepflanzt und hat doch so zugenommen, dass die Gläubigen da selbst am ersten sind, Christen genannt worden. Also, das erste Mal wurden die Menschen Christen genannt, die aus der Kirche von Antioch kamen. Nochmal in deutlichem Hochdeutsch das erklärt, was hier gerade schreit. Dass die Gläubigen da selbst am ersten sind Christen genannt worden, die aus Antiochia kamen. Oh, wenn solch Vorteil der Papst hätte, dass die Jünger zu Rom am ersten wären Christen genannt worden, so würden alle zehn Himmel wie die Astronomie zählen, dem hochmütigen Wands zu Rom viel zu enge sein, seinen Ruhm zu begreifen. Und ist doch nichts, denn in Christo sind alle Kirchen gleich. Hier ist kein Grieche noch Ungrieche, kein Mann, kein Weib, kein Römer noch Antiocha, kein Leibeigen noch Freier. Wir sind alle zumal einer in Christo. Diesen Absatz gleich nochmal. Das ist nicht so leicht zu verstehen, was er hier meint. Also. Drogen haben wir auch gesagt, dass die Kirche zu Alexandria und Antiochia treffliche Kirchen gewesen sind. Mehr, denn die zu Rom. Mit sonderlichen Gaben und Leuten begabt, wiewohl sie nicht von Aposteln gepflanzt sind. Sonderlich die zu Antiochia, welche ist, wie Apostelgeschichte Kapitel 11 sagt, von den zerstreuten Jüngern unter dem Trübsal, der sich über St. Stefano erhob, gepflanzt und hat doch so zugenommen, dass die Gläubigen da selbst am ersten sind Christen genennet worden. Und das hier nochmal eben zusammenzufassen, nach der Steinigung von Stephanus sind viele Jünger nach Antiochia gegangen und haben dort die erste Kirche gegründet und diese wurden genannt, die ersten Christen. Das kann man in Apostelgeschichte nachlesen. Das steht da drin. Und jetzt kommt's. Oh, wenn solch Vorteil der Papst hätte, dass die Jünger zu Rom am ersten wären Christen genannt worden und würden alle zehn Himmel wie die Astronomie zählen, dem hochmütigen Wanz zu Rom, viel zu enge sein, seinen Ruhm zu begreifen. Der Papst würde platzen vor Stolz, mit anderen Worten, wenn er Bibelfersen nachweisen könnte, dass die ersten Christen zu Rom genannt wurden. Sie wurden aber zu Antiochia genannt. Und doch ist nichts. Denn in Christo sind alle Kirchen gleich. Also, mit anderen Worten, es spielt überhaupt keine Rolle, wo die Christen zuerst aufgetaucht sind, wo welche Kirchen zuerst aufgerichtet wurden. Denn in Christo sind alle Kirchen gleich. Nicht eine Kirche steht über der anderen. Das ist das ganze wieder mal verkehrte Prinzip der römisch-katholischen Kirche. Das hierarchische Prinzip, wo die eine Kirche über der anderen steht. Wo unten der Priester, drüber der Bischof, drüber der Kardinal und da wieder drüber der Papst steht. Die ganze Hierarchie. Und die eine Kirche ist mehr wert als die andere. Aber nicht in Christus. Denn in Christus sind alle Kirchen gleich. Da gibt es keinen Griechen und keinen Ungriechen. Wie Luther das hier schreibt. Oder wie wir eben in der Bibel oftmals lesen. Da ist weder Jude noch Grieche. Also weder Jude noch Ungläubiger. Noch Heide. Oder wie auch immer man die da nennen will. Es gibt keinen Unterschied zwischen Grieche und Ungrieche. Es gibt keinen Mann und keinen Weib. Kein Römer und keinen Antiocher. Kein Leib eigen. Auch keine Freien. Wir sind alle zumal einer in Christus. Und das können wir nachlesen im Galaterbrief. Drittes Kapitel. Vers 28. Und ohn, dass der Papst muss Rotten anrichten und schreien. Ich bin petrisch. Und wer nicht petrisch, der ist verdammt. Welch ist doch Paulus im 1. Korinther Kapitel 3 hart verbeut und nennt sie fleischlich, die da sagen, ich bin petrisch, ich bin paulisch, ich bin apolisch. Sehr interessantes Kapitel 1. Korinther Kapitel 3. Kann ich jedem anraten, sich mal durchzulesen. Ist wirklich sehr interessant. Hab ich letztens noch in der Bibelstudie mit Tom und Brad besprochen. Letztes, das ist schon eine ganze Weile her, wir sind jetzt durch die beiden Korinther Briefe durch und das ist 1. Korinther Kapitel 3. Aber das rate ich jedem an. Nennet sie Paulus, nennt sie fleischlich, die sagen, ich bin petrisch, ich bin paulisch, ich bin apolisch. Ach, was rede ich so freundlich und gelinde in solcher Sachen. Der Papst Clemens III. spricht, dass alle scharfe Christi in der Welt sollen unter ihm sein und sich weiden lassen. Dass dich Gott straffe, schänden darf ich nicht sagen, denn du bist schon allzu hoch geschändet, weil du unaufhörend Gott schändest und seine Apostel, Kirche und Schrift. Dass dich Gott strafe, sage ich, du unverschammtes Lügenmaul, lästermaul, Teufelsmaul, der du für Gott, für allen Engeln, für der lieben Sonnen, für aller Welt darfst heraus speien und du seist allein der Hirt aller scharfe Christi, unangesehen die Evangelia und Episteln der Aposteln, Petri und Pauli, da wieder du so wissentlich speiest und wirfest deinen Teufels Dreck aus. Denn es ist kein Kind nicht, das nicht wisse, von zwölf Aposteln und St. Paulus zusagen. Was ist's, mein lieber Bruder gesagt? Ich bin allein Hirte aller scharfe Christi und aller Kirchenmeister, denn so viel, St. Paul und alle Apostel sind nicht Apostel oder sind sie etwas, so müssen sie Ketzer, verdammt und falsche Lehrer sein, weil sie wieder diesen Artikel, da allein St. Peter alle Schafe weiden soll und sein Stuhl, Erbe des Papsts, sich unterstanden haben, mehr Schafe zu weiden, weder St. Peter und ihnen nichts befohlen ist. Ich wollt wohl gern hier in Deutsch Wort reden. Dass dich, Papst, dies und jenes bestehe, kannst du nichts mehr, dann liegen, triegen, Gott lästern, die Apostel schänden, fluchen, Kirchen fressen, leiblich und geistlich verstören, Könige vermalledeien, mit Füßen treten, Abgötterei stiften, aller Welt Güter verschlingen und solch's alles unter St. Peters Namen, dass dich, Papst, dies und jenes bestehe. Aber solch schön Deutsch darf ich nicht reden, der Papstesel möchte zürnen. So steh jetzt auch einem Prediger nicht an, zu fluchen, der zu segnen ist, berufen. Ich rede aber meine große Anfechtung mit ungeschickten Worten. Das wird mir mein Herr Christus verzeihen, um welches Willen ich alles tu und rede. Und hier schließe ich mich Luther mit meinem ganzen Herzen an. Ich hab's auch manchmal schwer, nichts zu fluchen, weil ich mich zum Segnen berufen fühle. Weil ich mich dazu berufen fühle, die gute Botschaft, das Evangelium jeder Kreatur zu lehren und jedem beizubringen, der es hören will. Und auch jedem beizubringen, der es nicht hören will. Man weiß ja nie. Genau wie Martin Luther. Und dass wir hier und da, Luther und ich auch, mal sehr starke, kräftige Ausdrücke gebrauchen. Und deswegen sagt Luther, ich rede aber meine große Anfechtung mit ungeschickten Worten. Das wird mir mein Herr Christus verzeihen, um welches Willen ich alles tu und rede. Und genau darum tu ich das auch. Die Lesung dieses Buches, anderer Bücher und alle meine Videos, die ich überhaupt nur mache, sind um Christus Willen getan. Ich tue und rede um Christus Willen. und ich berufe mich dabei auf eine schöne Bibelstelle, die ich euch mal kurz zitieren möchte. Aus dem ersten Kapitel des Galaterbriefs, Kapitel 10 Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich nicht Christi Knecht. Und genau so wie Martin Luther sich denke ich auch mal auf dasselbe hier beruft, tue ich das auch. Ich tue, ich mache diese Videos und diese Arbeit nicht, um Menschen zu gefallen. Ich mache das nicht, für viele Zuschauer zu bekommen. Es freut mich nur, wenn es viele Zuschauer bekommt, weil das heißt, dass das Wort gut verbreitet wird, aber nicht um mir Ruhm zu geben. Mir, Jörg, mich interessiert das nicht. Das Einzige, was mich interessiert ist, ist, dass ich Christus dienen kann. Und Christus wird mir dann auch mal verzeihen, wenn ich hier und da mal ein harsches Wort gebrauche. Da gehe ich von aus. Wie er das auch Martin Luther verziehen haben wird. Wir fahren fort auf Seite 66 oben. Ja, spricht Antichrist Papst Clemens der Dritte. Christus redet in Distinkte, Weide meine Schafe macht keinen Unterschied zwischen diesen und jenen. Drum muss meine Schafe heißen alle Schafe. Ei, das ist ein skarper Jurist und Sophist, also scharfer Jurist und Sophist, doch nicht mit den schärfsten. Du heilige Jungfer St. Clemens, wer dich Esel schützen und Parkanten mit ruten Striche, dass dir das Blut vom Arse flöße, und sie oft pflegen. Da ginge der Häuptmann hin und rühmet sich, Kaiser Karol hätte ihm in Distinkte alle seine Leute befohlen und wollte dadurch Häuptmann sein, so weit als Kaiser Karol Herr wäre, in Hispanien, Italien, Germanien, etc. Und doch wohl wüsste, dass Kaiser Karol viel andere Häuptleute hätte. Wäre das nicht ein lieblicher, gewünschter Häuptmann? Also ein jeglicher Fürst und Herr, wenn er zu seiner Amtleute einem spreche, ich befehle dir meine Leute oder Untertanen. Siehe zu und halt wohl Haus und denke, dass nicht deine, sondern meine Land und Leute sind, so sollte der Selbst Amtmann über alle Leute desselben Fürsten sein? Item Ein jeglicher Pfarrherr will mich auch setzen. Ich bin Prediger der Kirchen zu Wittenberg. Nun muss ich mich dieses Befehls annehmen, da Christus spricht, weide meine Schafe. Denn es trifft alle Pfarrherr und Prediger in der ganzen Welt, sämtlich und sonderlich. Weil aber mein Herr Christus nicht hätte unterschiedlich zu mir gesagt, weide meine Schafe zu Wittenberg, sondern frei dahin, weide meine Schafe, so wollte ich zufahren und in aller Welt die Schafe Christi mir dienstbar machen und Herr über sie sein, unangesehen, dass er viel andere Prediger hin und wieder hätte. Und was sollte man hier tun? Mit Ketten und Strecken müsste man zu laufen und sagen, ich wäre rasend, toll und töricht geworden. Also, obwohl der Papstesel weiß, oder ja wissen soll, dass Christus nicht St. Peter allein, sondern zwölf Apostel und St. Paul als seine Amtleute in die Welt gesandt hat, seine Schafe zu weiden, doch fähret er zu und deutet die Worte Christi auf St. Peter alleine, weil Christus nicht unterschiedlich sagt, weide meine Schafe zu Rom. Denn Christus könnte auch nicht so unterschiedlich reden, sonst hätte es gelautet, als wären allein zu Rom Christen und nirgend mehr. Und St. Peter nicht allein der Kirchen zu Rom Apostel ist, sondern auch Kappadocie, Asie, Ponsie, Bizinie, etc. Noch will der unsinnige Narr und Babstesel den Apostel St. Peter allein haben und sein Stuhlerbe allein sein, dazu alle Schafe in der Welt allein haben, die St. Peter nicht gehabt, und wenn er sie gleich gehabt hätte, das unmöglich ist, und die anderen Apostel mit Christum Nein dazu sagen, dennoch nicht der einige Bischof zu Rom St. Erbe sein mag. Bringe her Ketten, Stricke, Fessel und Stock. Wir haben hier einen rasenden unsinnigen Narren, den tollen Babstesel. Und damit möchte ich meine Lesung für heute beenden. Wir haben hier einen rasenden unsinnigen Narren, den tollen Babstesel. Mittlerweile auf Seite 67 angekommen. Das wird wohl noch ein wenig dauern, bis wir durch sind mit dem Buch, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Noch 15, noch knapp 20 Seiten bis Seite 86. Das wird vielleicht noch 2-3 Lesungen dauern. Und dann sind wir mit dem Buch durch. Aber ich denke, dass wir in der heutigen Lesung sehr gut verstanden haben. Das hoffe ich zumindest, dass ihr es gut verstanden habt. Wie der Papst die Bibel auslegt, erklärt, wie er sie versteht und wie er sie dann lehrt. Dass er immer nur davon ausgeht, dass es Sankt Peter war. dass es nicht nur Sankt Peter war, sondern alle Apostel, die in die Welt gehen sollten, das Evangelium den allen Menschen verkünden. und daneben auch ein sehr wichtiger Punkt, den Luther hier ein paar Mal macht, dass eben Sankt Peter alleine gar nicht alle Schafe behirten könnte. Das war einer der wichtigsten Punkte, die wir hier gerade raus gelesen haben, in diesen letzten Seiten. und es wird immer deutlicher, dass wir sehen, dass der Papst sich in all seinen Erklärungen ausgibt für Christus. Also, der Papst anstelle von Christus. Anstelle von das heißt Antichrist. Der Papst ist der Antichrist. Das Amt des Papsttums ist der biblische historische und prophetische Antichrist. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und dieses Buch beweist es mehr und mehr und mehr. Und wir kommen langsam zum Klimax. Für heute danke ich euch fürs Zuhören und Zuschauen. Ich wünsche noch einen schönen Tag und wie immer freue ich mich über eure Kommentare in der Kommentarsektion des Videos. Und bis zum nächsten Mal. Jörg von Jogler 66 Stunde der Wahrheit meldet sich ab. Wünscht euch noch einen schönen Tag wie gesagt und vor allen Dingen möge Gott euch behüten schützen und segnen auf all euren Wegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. A false witness shall not be unpunished and he that speak his lies shall not escape A false witness shall not be unpunished and he that speak his lies shall not escape God is keeping track of every lie There is no escape Proverbs 19 5 I will tell the truth for God will punish every lie Proverbs 19 5 A false witness shall not be unpunished and he that speak his lies shall not escape a false witness shall not be unpunished and he that speak his lies shall not escape Proverbs 19 5